Ist das? Ja, das ist ein Kettenkarussell. Wie sich das dreht. Was ist das? Ich glaube, ich rieche den Duft von Schmalzgepäck aus den Bäckerbuden. Das müssen Berliner Pfannkuchen sein. Und gebrannte Mandeln. Und türkischer Honig. Und... Ja, läuft das Wasser im Mund zusammen. Euch auch? Also Kinder, auf geht's. Worauf habt ihr am meisten Appetit? Wie bitte? Zuckerwatte? Oh, das ist eine gute Idee. Ich möchte auch Zuckerwatte. Einen großen Bausch Zuckerwatte. Und dann machen wir eine rasante Fahrt über die Achterbahn. Und dann gehen wir in... Hallo Lilo. Hallo Samson. Da bist du. Ich such dich schon die ganze Zeit. Was machst du denn da? Ach Samson, jetzt hast du mir meinen schönen Jahrmarkt kaputt gemacht. Jahrmarkt? Ja. Ich sehe aber keinen Jahrmarkt. Keine Würstchenbude, keine Schießbude, keine Mandelbude. Nichts. Aber Samson, das habe ich mir doch nur vorgestellt. Ach, du hast dir das vorgestellt. Das konnte ich doch nicht ahnen, Lilo. Tut mir wirklich sehr leid. Ist schon gut. Ist schon gut, Samson. Ja. Ja. Ja.